ein herzliches willkommen endlich mal wieder hier ein herzliches willkommen von mir und meine ist das laut moment meine kopf aber leiser stellen so das verstehe ich ja gar nicht was ich selber verzapfe herzlich willkommen zum neuen fortlaufenden lp hier auf dem channel die sims 4 wie ja schon angekündigt in dem video was vorhin kam glaube ich geht es weiter hier ich versuche das wenigstens am wochenende ein paar videos kommen eins davon was jetzt hoffentlich mal ein bisschen länger für geht ist die sims 4 und wir starten einfach mal ich habe frisch installiert und dachte mir mensch warum nicht und nachgottchen der freut sich wunderbar und wir werden ja was werden wir denn überhaupt was bist du denn hier aber was kann ich überhaupt machen ich kann den kopf größer und kleiner okay ich hoffe das laut überhaupt flüssig persönlich als ich hätte das vielleicht lesen sollen bestreben ein bestreben ist das lebenslange ziel deine sims klicke auf den bestreben button um deine auswahl zu treffen ja wähle ein bestreben essen 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 ist immer gut wähle die ideale kategorie für dein sim und dann ein spezielles bestreben was gibt es denn bei essen meister koch okay okay meister mixa oh gott habt ihr dieses kind damals auch so gehasst kommt jetzt in die mixa sollte man das kind auch einstecken so alles über das mixen zu wissen geht was also besserer Barkeeper das ist auch nicht schlecht gut was haben wir denn hier noch Beliebtheit Witzbold also früher zu mir auch immer gesagt Partylöwe das nicht Freund der Welt ein Baumkuschler alles klar ist okay das war mal Debianz was haben wir denn hier Staatsfeind oh ja wir haben ja auch einen Staatsfeind Meister des Umfug alles klar ich weiß jetzt schon was wir machen aber wir gucken uns natürlich den Rest auch noch an Familie erfolgreiche Abstimmung möchte eine Familie haben die im Leben erfolgreich ist langweilig große glückliche Familie möchte einen großen liebevollen Haushalt gründen Nö bin ich nicht für Kreativität herausragender Maler ist nicht meins Profimusiker das könnte ich mir noch also doch da könnte ich mit leben glaube ich Bestseller Autor ja es ist alles staubtrocken oh lieber El Amor was haben wir hier Serienromantiker möchte sich ins Gedummel stürzen und zu Verabredungen mit allen möglichen interessanten Leuten gehen Nö was ich habe kein Bestreben gewählt also kann ich auch noch kein Bonusmerkmal gekriegt haben du Nase das Spiel ist schon weiter als wir ich möchte die große Liebe finden die große Liebe füllen vielleicht auch das Natur freiberuflicher Botaniker Nö so war das lese ich mir gleich durch möchte alles sammeln was die Welt zu bieten hat Aha Angler Ass möchte alles über das kann man das nicht nebenbei Sportlich das ist ja viel Bodybuilder das war's ah die Tattoos ich finde das Tattoos finde ich gut wenn ich das gerade mal so angucke nicht schlecht ähm aber wir wollten bestreben wählen ne wo wir denn Vermögen herrlich reich werden Erfolg im Beruf haben möchte unbedingt das größte ausgefallenste Haus besitzen kriegen wir alles nebenbei noch hin äh Computer vom Spielezocken bis hin zu Karrieren auch nö Nerd hören ok hören hören wie auch immer dieser Sinn möchte in vielen Dingen gleichzeitig begabt sein das ist eigentlich glaube ich so das Mittelding aber Moment wir sind Nein nicht statt Lass mich in Ruhe Lass mich in Ja ich gebe dem gleichen Vor- und Nachnamen Meister des Unfugs Blablabla Ähm so Vorname wie nennen wir ihn denn Ähm das ist ne gute Frage das ist ne sehr gute Frage Wir nennen ihn einfach mal blablabla Wir sind der Meister des Unfugs Nein Nein Das war Kann ich das noch nicht vorher sein Wenn ich das jetzt nicht hätte ändern können dann wäre das ja ein Superstart Der Till Eulen Knoten Man kennt ihn man kennt ihn man kennt ihn Geschichtlich Körperbehaltung Klick auf den Körper deines Sims um durchziehen und schieben und schieben der Maus sein physisches Erscheinungsbild zu verändern Pfff Ich hab so Probleme Ich hab ne Plaute Nein das machen wir nicht Ich versuch den mal Ich wollte gerade sagen ich versuch den nach mir zu bauen aber Aaaaah das macht irgendwie auch Ja was haben wir denn hier Niederträchtig Niederträchtig ist geil Niederträchtig ist geil Merkmale das machen wir gleich mal Wir kümmern uns erstmal um das Aussehen Sooo Oh Gott Ich werd mich hier nicht so äh Zurechtfinden Gesicht Was zur Hölle ist denn das für ein Wasserkopf? Ne Kann ich mir erstmal diese Brille ablegen? Ist ja schlimm Geh weg Danke Mit Brille war er besser auf Mh Ne Auch nicht Auch nicht Auch nicht Na Vielleicht Das könnte sogar hinkommen Ich hab Ich hab eigentlich keinen runden Kopf Ich wollte ihn ja nicht nach mir aber auch eingehen Das ist schlimm Spitzkin Hier noch die Wangen Man kann wirklich alles Bearbeiten Hier Finde ich extrem Auch die Nase Sooo Wird ein Schuh draus Aaaaaah Schaut euch diese sexy Gesicht an Die Augen noch kleiner machen Natürlich Nein Große Augen Große Augen Aber Oh Gott Ist das ein krasses Blau Ist das noch besser? Ja Ich bin ja eher ein grau blau Graublau Oder mehr grau grün als blau Oh das ist doch gut Also ich brauch große Augen Also, nein, nicht oben hängende Augen. Hallo. So auch nicht. So habe ich das nicht gemeint. So, wird ein Schuh draus. Hallo. So, okay. So, die Augenbrauen. Frisur machen wir gleich. Ohren, da hat er Stöpsel drin. Das ist fast gut. Das sieht doch... Das sieht doch annehmlich aus. Kein Stück nach mir, abgesehen vom Bart vielleicht. Aber naja. So, wird ein Schuh draus. Jetzt ist noch die Frisur. Ja, passt. Fertig. Nein, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Ähm. Was geben wir ihm denn für eine schicke Frise? Nää. Nää. Die hatten wir ja schon. Nää. Nää. Das ist zwar momentan fast das, womit ich rumlaufe, aber... Nää. Gott, man hat den Kopf nicht so groß. Musst ja echt aufpassen, wo du hierhin haust. Gesicht. Die Hautfarbe passt soweit. Schauen wir mal so. Das passt. Hautdetail. Okay. Aha. Oh Gott. So alt bin ich dann auch noch nicht. Dass ich hier... Nää, wobei... Das könnte eigentlich schon hindern. Die Frise nervt mich gerade. Kurz. Oh, bei kurz. Da hatten wir gerade geguckt. Bei kurz. Sagen wir so, bei mittel. Mhm. So bin ich eine Zeit lang rumgelaufen. Ist aber lange her. Hab ich da schon YouTube-Videos gemacht? Nää, glaub ich nicht. Nää, da hatte ich schon kürzerer. Glaub ich. Weiß ich gerade gar nicht. Oh Gott. Nää. Dann doch lieber hier. Sowas. Sowas will ich eigentlich nicht. Nää. Nää. Komm schon. Ah, ich glaube, wir machen mal das. Och Gott. Nicht so hell. Das, das passt doch einigermaßen. Das ist mehr rot. Ist das? Das passt. Oh, graue Haare. Das passt einigermaßen. So ein hellbraun hab ich nämlich nicht. Blond bin ich auch nicht mehr. Das. Das oder das? Glaub das, mehr ausgeblichen. Oder das? Das könnte auch passen. Oder das? Wenn dann das. Das passt. Ja. Hör auf an den Augen rum zu moscheln. Haare haben wir. Gesichtsbehaarung. Welchen Bart verpassen wir denn eigentlich? Äää, den hab ich nicht mehr. Der würde ver... Oh Gott. Läuft da echt noch jemand? Welchen Bart jemanden verändert? Unglaublich. Zwölf? Kurz vor der Mittler-Crisis? 30. So, ähm... Den Bart behalten wir mal. Hier bin ich schon unten am Formen. Okay, was haben wir denn hier? Ob das Bärte... Spitzbärte, Schnurrbärte... Da brauchen wir gar nicht gucken, wie wir halten das jetzt einfach so. Oh! Kann ich den... Kann ich den... Kann ich den in schwarz haben, bitte? Ich hätte den gern in schwarz. Ich sitze mit schwarz. Katsachen. Ja! Ha 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 ha! Beste Sorte! Da muss ich mir glatt an mein Käppchen tippen. Das könnt ihr ja gar nicht sehen. Ich spiele ja ohne Webcam. Kann ich nicht? Gut, gut! Ach, komm, die Stöpsel aus den Ohren nehmen wir mal raus. Die hab ich nicht... Brille müsste ich eigentlich haben, hab ich aber auch nicht? Ketten! Ah, ne! Was haben wir denn hier? Ach, das ist Alltagskleidung, also... Ist gut! Make- ole-make-up! Oh, Leute, das kann jetzt mal lange dauern. Nein, Spaß! Das haben wir fällig! Hm- eenp- 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 eenp. Armkleidung Pfff Ne Ey Ey, 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 ey Alter Kleidung Detailbearbeitungsmodus Oh Gott Ne, so fangen wir gar nicht erst an Wir wollen es jetzt auch nicht so machen Das sieht doch schon mal Ein bisschen nach mir aus, muss ich sagen Nur ein bisschen Ah, hier, Halt Okay Was ist Hilfe Oh Gott Nee, ich bin nicht Ich bin nicht schlecht in Form, sag ich mal Aber Zzzzzzz Okay Wie kann ich dich drehen? Ach, das lassen wir einfach so Was sollst du da groß ändern? Das T-Shirt ändern, aber Das ist ja Ah, hier, Körper Es wäre mal schön, den ohne T-Shirt zu sehen Um zu sehen, was wir darunter angerichtet haben Ich glaube, wir nehmen das einfach so Oder so Ja, ist zu dünn So, 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 so ist gut Na ja, natürlich so Oh Gott, sieht doch scheiße aus Kann ich bitte ganz weit zurückgehen Bis ich Bis ich Ja, danke So ungefähr So, breite Schultern Das passt schon Uh, Tattoos Ah, alles klar So sieht er ohne Ah, alles klar Ich glaube, er hat schon den besten Wenn ich das so sehe Ja, doch Die lassen wir so Ist jetzt ja nicht so viel Auswahl Ähm Vorgefertigte Looks Schlaukopf kaputt Gott, nee Das machen wir alles selber Topst, Topst, Topst T-Shirt Läuft denn bitte heute noch so hoch Okay, das ist ein schwarzer Arm, danke Das geht eigentlich auch, würde ich mal sagen Okay, das würde auch gehen Wobei Das ist Das kann doch keiner entziffern Ähm Und haben wir hier drauf Oh, der Weifel Tja Okay 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 Nehmen wir einfach mal Ne, wo ist das denn jetzt? Das Nehmen wir einfach mal das Das Sieht In Ordnung aus, sage ich mal Topst Was haben wir denn noch? Pullover, Tanktops Mit Knöpfen, Sweatshirts Anzug, Jacken Auch nicht Poloshoes, Westen Was haben wir denn so an Jacken? Oh Kann man Auch machen? Was ist das denn? Ranger Star an der Brust? Natürlich Kann man auch machen? Wenn das T-Shirt da unter Wenn man dem noch eine andere Farbe geben könnte wäre ich glücklich Ähm Was haben wir denn hier noch? Oh Gott Ja, ich brauche unbedingt einen Anzug Also mit dem ich mich den ganzen Tag umlaufe Natürlich Ähm Wir können mal einen auf Flugloze machen Was ist das denn? Ach, so eine grüne Reine Nee, 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 Jungs So Das haben wir denn Hahaha Jawoll Oh 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 Nee Nee Oh Bloß nicht Wo ist meine andere Jacke? Ich nehme lieber die andere Jacke hier Die ist in Ordnung Das ist in Ordnung So kann man rumlaufen Kombination Ja Oh Gott Kommen wir später nochmal drauf zurück Beinbekleidung Die Jeans finde ich eigentlich schon in Ordnung Muss ich sagen Da werden wir jetzt glaube ich nicht mehr so viel anderes finden Wobei die ist noch ganz geil Ja Das kann man machen Was? Es ist schwarz Eine Uhr Uhren gehen eigentlich immer Oh Gott So glück sieht man das nicht Uhren gehen eigentlich immer Auch so Sieht man zwar nicht, aber warum nicht? Was ist die einzigen? Kann man nur ohne Armbänder Handschuhe Ja Unbedingt Ringe Ja ne Ringe brauchen wir nicht Ringe brauchen wir nicht Was haben wir denn hier noch? Schuhe Hm Ja die Dinger da Die Trader Diana Die würde er auch gleich mal wieder ausziehen Boots 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 Ja mich so ein bisschen an meinen Charakter in GTA Online Ja Ja So sieht dann auch Schick aus Was seine Alltagsklamotten Alltagskleidung betrifft Armkleidung Oh Gott Gestriegelt Und Kombination Keine Ergebnisse Das war klar Ja Auch bei Anzüge Keine Ergebnisse Das wäre ja eine super Arbeit Das vielleicht Ja Das sieht Da kann ich mich eher mit anfreunden als mit dem kompletten Anzug Wobei der schon echt schnieker aussieht Da braucht man aber die vernünftige Hose dazu Oder man trägt einfach keine Genau So Ah Business Business Meine Freund Kann ich da bitte Ah Kann ich da Moment Kopf Kann ich da bitte eine Sonnenbrille zu aufsetzen Wieso kann ich keine Sonnenbrille aufsetzen Ich will eine Sonnenbrille aufsetzen Ich will eine Sonnenbrille aufsetzen Ich will eine Sonnenbrille aufsetzen Verdammt D After Ass Schade, schade, schade. Das wäre jetzt nämlich schöner, die Sonnenbrille. So, was haben wir? Gesichtsbehaarung brauchen wir nicht mehr. Hier haben wir alles. Wir waren bei Kleidung. Bei Armkleidung haben wir Sportbekleidung. Buh! Natürlich, warum denn auch nicht? Ähm. Einfach nein. Lass es einfach. Nein, so. So ist in Ordnung. Aber. Warum auch immer er da ein Sweatschel anhat. Da zieht man noch Tanktop an. Sport. So. So am besten noch. Schön mit Muster. Jawoll. Und Brille. Ach, da kann er eine Sonnenbrille tragen. Warum beim Anzug nicht? Verdammte Axt. So. Oh, ein Schuh draus. Was? Ich will keine Spitz on. Ich heiße nicht Sport. So. Das heißt, dann haben wir die Sportkleidung auch. Schlaf anziehen. Ja. Natürlich. Okay, aber das kann er vergessen. Die Schuhe lasse ich. Nein, die Schuhe. Nein, die mir die Money Schuhe. Ja. Ja. Das und sonst gar nichts. Till, du bist der Hit überall. Ausgehkleidung. Was haben wir denn da? Das ist deine Ausgehkleidung? Oh Gott. Wo gehst du hin? Das sind deine Ausgehkleidung, mein Freund. So. Aber die Hose ändern wir auch noch. Kann ich da nicht einfach die normale Kleidung nehmen? Mach die dunkel. Man merkt mir einen leichten Hang zum Schwarz an, oder? Fällt das auf? Ich hoffe nicht. Äh, 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 äh. Ne, ich hab aber auch in Wirklichkeit eigentlich nur dunkle Klamot. Ah, das passt schon. Das passt schon. Jetzt wüssten wir eigentlich, was die Klamotten denn alles haben. Und wir können uns ein Merkmal wählen. Was haben wir denn für Merkmale? Emotional, Hobby, Lifestyle, Sozial. Wir sind ja der Meister des Unfugs. Sprich, bei diesem Sim dreht sich alles um Streiche und Chaos. Niederträchtig. Wenn stärkere und erfolgreiche, gemeine Interaktionen anbietet. Zum Beispiel Streiche. Genie. Was haben wir denn überhaupt? Gehen wir mal von oben durch. Aktiv. Diese Sims sind häufig energiegeladen. Können andere Sims in Fahrt bringen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht trainieren. Pfff, nö. Düster. Häufig traurig, das kann man schon mal vergessen. Fröhlich. Häufig zufriedener als andere. Das würde es natürlich einfacher machen, ne? Genie. Sind häufig konzentriert. Können mit anderen Ideen teilnehmen und wirken womöglich verstimmt, wenn sie eine gewisse Zeit nicht verbessern. Pfff, nö. So weit wollen wir es dann auch nicht treiben. Hitzkopf. Sind oft wütend. Werden wütend, wenn sie zum Ziel von Unfug werden. Meister des Unfugs. Kreativ. Inspirieren, wenn wir eine gewisse Zeit nicht kreativ sind. Passt das? Das müsste passen, ne? Spinner wären wir definitiv, ne? Neigen. Neigen dazu, selbstsicher zu sein. Uh. Sind oft kokett und können traurig werden, wenn sie für eine gewisse Zeit keine romantischen Interaktionen hatten. Spinner. Wir nehmen auf jeden Fall Spinner. Mal am Mervon. Begegnoy Merv. Genau. Bücherwurm. Man hat eine mächtige Stimmung. Erhalten mächtige Stimmungen, wenn sie Bücher lesen? Hoh. Raffini. Buk. Aha, aha, aha. Genieße. Ich glaube, hier will man nicht verlieren. Lifestyle. Chaot. Natürlich. Machen Haushaltsobjekte schneller, schmutzig. Äh. Was noch? Widerspricht mit Spinner. Widerspricht mit Spinner. Weiß ich nicht. Wir können Selbstgespräche führen, was hier irgendwo zu... Das nehmen wir. Oh, nein. Wohl, bitte. Ha, ha, ha. Geile Sache. Was haben wir denn hier noch? Kindisch, ne? Wir wollen es nicht übertreiben. Böse, gemein, gesellig, sprunghaft. Was? Mag keine Kinder. Ja. Oh. Sind nach dem Babymachen angespannt. Hm. Okay. Oh, Bro. Können andere Bros brüderlich umarmen? Die Gesellschaft von anderen Bros verleiht ihnen Selbstsicherheit und Tanken Energie, wenn sie Sportwendungen sehen. Wir werden Bro. Wir haben voll den Spacko gemacht. Persönlichkeit. Ja, männlicher Sim. Ähm, warm. Brüchig. Klar. Hä? Ach, ihr, die Art zu gehen. Oh Gott. Bloß nicht. Hm. Hm. Ha, ha, ha. Stimme an Gang. Rrrr, das ist, oh Gott. So laufen nur Idioten rum, glaube ich. Ja. Den bräuchte er eigentlich, aber das kann ich mir nicht die ganze Zeit antun. Schleppender Gang. Fehlender Gang. Wattadaa. Den nehmen wir. Dupdatsapp. Tch. Fangen wir hier. Wadiza Ooooo Bernala Quacksonos Vapea Nibnod Rancho Loi Okay Sacchini Mixlin Febine Babsani Maschkeya Yumps Nobby Hoho! Wajini Oho Zatork Oho Zatork Yebao Lange Oh Imbo Lava Oho Benaya Benaya Okay Wir machen ihn auch als Junggesellen Ich habe eingestellt, dass die Sims nicht altern Und Das sollte Soweit eigentlich alles sein Ich hoffe wir haben jetzt hier nichts vergessen Klamotten alles haben wir Spiel Eulenknoten Was haben wir denn hier Außerhalb der Galerie teilen Nein danke Speichern und spielen Meine Güte nicht Deine Sims Brauchen ein Ort zum Leben Zum Glück haben wir ein paar perfekte Möglichkeiten für dich in Willow Creek und Oasis Springs parat Das von dir gewählte Zuhause verfügt über einzigartige Nachbarn und Aktivitäten aber du kannst auch jederzeit beliebige andere Welten in die Sims 4 besuchen oder beziehen Okay und ich würde einfach mal sagen wir suchen uns mal eine Welt aus welche nennen wir denn Willow Creek Das sieht doch ganz nett aus wie sieht denn Oasis Springs aus Ein tolles Einsteigergrundstück Einsteigerhaus Will ich gar nicht Ich will keine Einsteigerung Ich will das selber bauen mit meinen paar Pinunzen hier Aber ich glaube wir ziehen dann doch lieber hier hin Hier hinten in der Ecke zur Zauberheit Ja warum nicht dann haben wir noch 17.500 Simoleons um unser eigenes Haus zu bauen Da bin ich ja mal sehr 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 gespannt Wie das denn dann vonstatten geht Während der Ladebildschirm uns erheitert Kontroll übernehmen die Sims 4 hat zahlreiche neue Features zu bieten Bevor wir uns damit genau beschäftigen müssen wir die Grundlagen abdecken Zuerst sehen wir uns schnell mal an wie du deine Sims steuerst Jaaa Okay Wollen wir mal beim Kameradrehen Der Top Tutorial ist ja schön und gut Ja ich will jetzt aber die Kamera nicht ändern Okay Wann blende die Wände im Haus ein oder aus Ich hab doch überhaupt keine Wände Kamera fokussieren Ist ganz leicht die Kamera auf einen bliebigen Sims im Haus Doppelt auf das Portrait Das ist ja schon altbekannt Nächster Tipp Ah Ja hab ich gemacht Zeitschauer Um die Zeitschauer kannst du das Spiel pausieren Beschleunigen und verlangsam mal ganz normal voranschreiten lassen Ja ist ja auch schön Aktionswarteschlange Jaaa Dieses ganze Tutorial gewumselt hier Aktive Warteschlange Meine Güte Multitasking sind jetzt Mustitasking Okay das ist neu Das bedeutet dass sie nicht mehr auf eine reine Interaktion zur gegebene Zeit beschränkt sind Versuche dich beim trainieren zu unterhalten oder fernzusehen Macht man ja zu Hause auch ständig Selbstständigkeit Sims haben ihren eigenen Kopf Bla 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 Ja das ist ja auch schön so Mit Gefühlen spielen wirst Macht man noch nicht oder Sims können eine ganze Reihe verschiedener Gefühle haben Die ihr Leben im kleinen aber auch im großen Stil verändern Dein Sim wird nun inspiriert sein damit du siehst wie die Gefühle funktionieren Danach bist du für das Gefühlsleben zuständig Haha Till du tust mir das Emotionen Wir geben deinem Sim die Stimmung inspiriert damit er inspiriert wird So Pfff Plack 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 hier endlich mal einen Cut. Und sehen uns in der nächsten Folge von Die Sims 4. Dann im Baummodus. Dann bauen wir uns eine schicke Hütte für Till Eulenknoten. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zusehen und es freut mich wirklich wieder da zu sein. Bis dahin. Tillü.